Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aborion. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube die 99. ist es und ja, wir wollen zum Plastikhersteller, den wir da oben auch schon sehen. Das ist unser Ziel. Jetzt müsste man gucken, ob unser Kollege hier, unser zweites Schiff mitkommt oder ob das ausgegangen ist, wenn man abspeichert. Ne, das folgt uns noch. Das ist cool. Gut, dann fliegen wir mal zum Plastikhersteller. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen und liefern das Öl ab. So ein Dockingport nehmen wir da unten ein. Das sieht auch gut aus. Und F Güte handeln Verkaufen Öl Ich habe 81 hier. Und das können wir verkaufen. Gut, dann kann er wieder Plastik produzieren. War sonst noch was Interessantes? Ich glaube nicht, ne? Ah, super. Falscher Klick. Knapp daneben ist auch vorbei. Energiezellen wollen die haben, okay. Und dann warten wir darauf, dass unser zweites Schiff kommt. Okay, ist auch schon bald da. Können wir mal gucken, was da hinten so los ist. In dem Handelsdepot. Keine Aufträge. Da war doch ein Ding ins Dran. Oder habe ich das falsches angeklickt. Das könnte auch sein. Das ist nicht das Handelsdepot wahrscheinlich, was das aus uns sein kann, sondern worunter irgendwas. Teleporterfabrik ist das. So, dann gucken wir da nochmal rein. Das schwarze Brett. Die wollen halt Teleporter haben und Ressourcenknappheit bei Plasmazellen haben die auch. Okay. Während das Schiff da kommt, gucken wir hier nochmal rein. Oh, guck mal, hier gibt es einen Handelsposten, der Trauben, also Luxusessen liefert. 6.305 Credits und 7.100. Das ist ein bisschen was, ne? Das hier, das lohnt nicht wirklich. Aber wohl, wenn der Handelsposten 67318 das gleiche ist, dann kann man das sogar mitnehmen, das Plastik. Dann das machen. Ja, Handelsposten. Plastik aufnehmen und abgeben. Ah, unser Schiff ist schon da. Ach, da oben ist es. Okay. Dann gehen wir da natürlich nochmal rein und laden gerade Plastik ein. 81. Aber wir können sogar 82 mitnehmen in diesem Falle. Dann nehmen wir 82 mit. Und dann müssen wir jetzt umsteigen in unser anderes Schiff. Interagieren gerade damit. Mal gucken, dass wir da rüberkommen noch ein bisschen. F. Güte handeln. Und wir haben jetzt das Öl hier mit. 496. Da müsste es jetzt so ein Button sein, ne? Alles verkaufen. Das wäre top. Und kaufen tun wir dann auch hier. Die 1008. Kaufen. Ja, dann haben wir das. So, dann jumpen wir wieder in das andere Schiff rein. Und geben hier gerade den Befehl an, das Schiff wieder zu folgen. Und dann brauchen wir jetzt gerade den Handelsposten in der Hoffnung, dass der das war. Koordinaten sehe ich jetzt natürlich hier nicht mehr. Oder wie sehe ich das? Hm, komisch. Hm, komisch. Gucken wir hier nochmal rein. Das, und dann haben wir es auf jeden Fall. Ah, ne, da ist es. Boah, darüber war das falsche. Und es ist nicht der Handelsposten, sondern... Ne, doch ist der Handelsposten. Gut, dann fliegen wir da mal schnell hin. Oh, ich glaube, da war gerade was im Weg. Äh, ja. Einmal B. Und einmal Chef reparieren. Ja, ein bisschen was passiert. Gut, dann versuchen wir das nochmal da zu erreichen. So, Looking Port ist da. So, da, Anlocker. So, da, Anlocker. Und Güter handeln. Das war doch hier der Plastik, ne? Ja. Hm, wieder F. Und das war verkehrt. Wieder F. Ah, jetzt weiß ich, was da passt. Was ist das? H? Jetzt F. Güter handeln. Plastik verkaufen. 163. Gut, das hat geklappt. Dann kommt unser Schiff. Wo ist es? Da ist es. Bewegt sich wohl langsam hier hin. Und dann müssen wir nochmal gucken. Was war das, was wir brauchten? Luxusgüter. Das ist ja hier. Kaufen wir dann ein. Und Und 67318 Ach, das ist... Hä? Ich kann das hier kaufen Und kann es hier auch verkaufen. Das ist ein Bug. 67318 67318 Ah, ne. Das ist sektormäßig, die Koordinaten, alles klar. Das heißt, es gibt einen zweiten Handelsbosten hier. Ja. Glücklicherweise ist das der Richtige. Und da müssen wir jetzt mal gerade dieses Luxusessen kaufen. Kaufen wir mal Luxusessen. 32 Kaufen wir hier ein. Ah, bin ich nicht nah genug dran. Ne, jetzt am Dock. Super, ne. Für sage und schreibe 100 Meter. Ah, auch noch falsche Richtung jetzt. Ah, jetzt geht es tatsächlich schon. Ne, doch nicht. Ah, wo ist denn das Docking-Port jetzt? Ach, da oben. Super läuft das gerade. Jetzt geht's. Kaufen wir. Jetzt steigen wir ins andere Schiff um. Und kaufen das da auch nochmal. Mhm. Das war verkehrt, weil wir erst die Station auswählen müssen. Und dann irgendwie in den Docking-Port kommen. Der da wohl auf der anderen Seite sitzt. So. Ja, da hat's schon Schaden gegeben. Damit wir das Spitz wieder angeschlagen sind. Luxusessen. Achso, okay. Alles klar. Das war alles an Luxusessen. Ne, die haben doch da viel mehr. Ah, ich weiß, warum es nicht geht. Ja, wir sollten erst das Öl, äh, Plastik verkaufen. Dann geht das auch mit dem Öl. So, da haben wir ein paar Mark gemacht. So, jetzt können wir auch einkaufen, ne? Luxusessen. Warum steht da jetzt nicht Maximal? Verstehe ich nicht. 201 geht maximal, okay. Schade, dass es hier jetzt gerade nicht stand. Ich hab's aber gekauft. So. Muss ich in mein anderes Schiff rein? Kann's gerade nicht fokussieren, weil die Station dazwischen ist, ne? Handelsbosten, ne? Das wollte ich nicht. Gehen wir mal ein Stück voraus. So, jetzt haben wir's aber geschafft, ne? T, wechseln. Eben sagen, dass er mir wieder folgen soll. Und jetzt brauchen wir noch den anderen Handelsbosten. In der Hoffnung, dass wir den überhaupt erreichen gerade. So, wir haben hier gekauft und müssen der verkaufen. Und der befindet sich dort irgendwo. Oh, da hinten geht auch gleich schon die Party los und wir müssen in die Richtung. Super, läuft. Aber befindet sich am anderen Ende der Galaxie. Ich glaube, wir kommen da gleich nebenher, ohne irgendwie in das Gefecht gezogen zu werden. Gehe ich mal von aus. Höchstens unser anderes Schiff wäre da vielleicht eine Mitleidenschaft. So, der Dingens ist so schwach, Batterie. Ja, jetzt ist Kampfmusik angesagt. So, haben wir schon ausgewählt, ja. Dockingport, wo bitteschön? Okay. Der ist ziemlich nah. Andocken. Güter handeln. Verkaufen. Luxusnahrung. 32. Verkaufen. Geht. Gucken wir gerade hier rein. Das ist nichts. Also wir können das nochmal machen, aber brauchen wir jetzt nicht. Jetzt werten wir im Endeffekt auf unser Schiff. Was dann irgendwann kommen sollte. Kann ich das so auswählen. Ja, 25, ne. Dauert noch eine Weile. Da hat es keinen Hyperantrieb, dass es schneller geht. Wahrscheinlich nicht, ne. Wie wird das jetzt? 22, ne. Kann er schlecht erkennen. Unten rechts steht es natürlich auch, ne. Schiff, Trader 1. Hülle, Schild, Feuerkraft. Oh, da ist keine Waffe drauf. Ist noch 14 entfernt. Okay, der ist doch relativ schnell unterwegs. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, bis der hier ist. Machen wir in der nächsten Folge dann weiter, dass wir den da noch entladen. Und dann schauen wir, was wir dann machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.